du hast nichts neues nur zeug zum verkaufen geld aber da nichts besonderes und ja rastvorräte finden wir so oder so mehr als genug wie gesagt ich gucke jetzt erstmal bei ihm hier vorbei also hier oben treibt er sich nicht rum kann er nur hier unten sein hallo galvino wo bist du immer noch da wo ich dich gelassen habe ich muss dich begriff wünschen ich hatte keine ahnung dass deine arbeit in der batterie eine armee anlocken würde eben deinen arm zum groß mit welvers glück führen sie zu ende was die teufel in den storyboard begonnen hat sehr nett von dir galvino manchmal würde ich dir hier sind so meine alles in ordnung so dann wieder raus hier dann auf zur batterie rüber so Das war's. Das war's. Ich glaube immer noch, dass es die Falle ist, die ich da entdeckt habe. Ja, hier sind Arbeiter am Werk. Arbeiter, die sich besauften. Fallen aufstellen. Gut, Dietrich, hier brauche ich schon lange keine mehr, irgendwie. Nur noch mehr Arbeiter, okay. Okay. Kulma und Vengra und Arbeiter, okay. Die Lendander Mauer. Schön, dich wieder hier zu sehen. Hm. Lötger, Kulma. Okay, wir reden erst mit Vengra. Die scheint ja hier die Aufsicht zu haben. Der Hinterkopf der Orlaner ist ein Flickenteppich aus verbranntem Grünbraunfeld und dunklen Narben über sieben Fleisch. Sie bemerkt dich und springt einen Meter nach hinten. Eines ihrer glotzenden Augen ist Goldfarben, das andere Haselnussbron. Sie zucken mit ihrem linken Ohr, das kaum mehr als ein Stummel auf ihrem Schädel ist. Schließlich entspannt sie sich. Ha! Ich habe dich für einen von diesen Red Sererns. Dann sah ich, dass du alle deine Zähne hattest. Ha! 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 Häng auf! Moment, du musst in mein gutes Ohr reden. Sie schreit noch lauter und dreht ein haarloses, aber zumindest vollständiges Ohr in deine Richtung. Also wo war ich? Sag mal, kenne ich dich nicht irgendwoher. Sie kratzt sich an ihrer kahlen Stelle an der Wange. Ich habe die weiße Älse wieder entzündet. Plötzlich, Betsy, genau. Die Nachbeben hat man bis nach Stalwart gespürt. Sie schließt verzückt die Augen. Das muss wirklich ein Anblick gewesen sein, so aus der Nähe. Das ganze Feuer. Sie atme tief durch. Was suchst du hier draußen? Flammen überall und ein Dröhnen, das so tief ist, dass es die Knochen erzittern lässt. Ich war so damit beschäftigt, wo alte Zwerge zu bekämpfen, dass ich es gar nicht bemerkt habe. Nehmen wir mal die zwei. Manchmal stelle ich mich auf die Brücke zu den Bienen, um die Hitze zu spüren. Sie zittert vor flieblicher Begeisterung. Ich will die Älse unbedingt einmal selbst sehen, aber die Spiele lassen mich nicht einmal in die Nähe. Keine Ahnung warum. Sie kratzt sich am Arm. Ein Büschel verbannte Haare fällt in den Schnee. Was tust du hier draußen? Ach weißt du, Tunnel freilegen, alte Barrikaden sprengen, einfach aufräumen. Sie grinst und zeigt ihr ihre Zähne. Aber bald muss ich anfangen, die Kanonen zu testen. Ihre Stimme ist zu einem Flüstern abgefallen, soweit man das bei ihr so nennen kann. Sie verschreckt die Hände und blickt mit fast schon religiöser Erbietung den hohen Turm hinauf. Geht es um den Eisenpflegen? Wir haben sie vor einigen Wochen abgewehrt, aber sie sind nicht weit geflohen. Sie haben ein Fort in den Wald und ich höre, sie arbeiten an einigen fantastischen Belagerungswaffen. Wir haben sie vor einigen Wochen abgewehrt, aber sie sind nicht weit geflohen. Sie haben eben weiter eine Festung errichtet und arbeiten angeblich an einigen wahrlich fantastischen Belagerungswaffen. Wir müssen auch irgendetwas tun können. Sollen sie die Batterie erobern? Diese Mauer können euch doch gewiss beschützen. Sie halten seit Jahrhunderten. Wenn das so ist, warum bleibst du überhaupt hier? Nicht mein Problem. Nehmen wir mal die drei. Keine Ahnung, irgendwas ist vor langer Zeit da durchgetobt. Sie zeigt mit dem Daumen auf die Doppeltür und blickt dich vielsagend an. Jedenfalls können wir sie aufhalten. Sie reibt die Hände zusammen. Wenn wir einmal die schweren Kanonen haben. Sie blickt wieder nach oben. Kannst du nicht die Kanonen hier unten einsetzen? Aber das ist, als würde man sie stammeln und rudern mit den Armen. Eine Steinsteuerstelle an der Arkebuse verwenden. Keine Ahnung an diesen Schönheiten, aber sie können nicht die großen Schäden für Distanz oder Power matchen. Ich will diesen Schönheiten nicht zu nahe treten, aber mit den großen Kanonen können sie weder in Reichweite noch Feuerkraft mithalten. Sie deutet auf einer der eingefahrenen Kanonen. Was ist das Problem mit den schweren Kanonen? Sie sind ganz da oben. Sie deutet zu einem Turm hinauf, der in die schneevoll hangenden Wolken ragt. Ich habe einen Turm auf den Turm geschickt, aber sie sind zurückgekommen und haben sich über Skuldrak und andere Beste beklagt. Da hätten Kolmar fast das Bein abgehackt. Also der Skuldrak meine ich. Sie blinzeln schnell. Ich könnte mich darum kümmern. Das wäre eine große Hilfe. Es wäre ein Jammer, diese Schönheiten da oben verrosten zu lassen. Sie zappelt nervös herum wie ein Säufer, der sich auf seinen ersten Schluck freut. Und alles, was du dort oben findest, gehört dir. Die Batterie ist voll von Schätzen und der Westrum wurde bisher kaum erforscht. Geh durch die Tür und die Treppe hinauf. So gelangst du auf diesen Wehrgang. Sie deutet auf den schneebedeckten Steg. Kulmar hat den Schutt beiseite geräumt, bevor er sich praktischerweise verletzt hat. Und dort aus solltest du dich zu den Kanonen vorarbeiten können. Ich sehe in der Zwischenzeit nach unserem Schießpulvervorrat. Sie lächelt dich mit zackigen Zähnen an. Ja, das ist... Mach die Kanonen bereit. Wenger hat mir berichtet, dass die schweren Kanonen auf dem Westturm stehen. Sie sagt aber auch, dass die Arbeiter, die sie losgeschickt haben, um sie zu reparieren, vom Bestien angegriffen wurden. Also ja, wir haben ja... Wo sind denn die normalen Kanonen hin? Hier waren doch mal normale Kanonen. Ah ja, hier sind Kanonen. Ich hätte aber schwören können, hier vor dem Tor stand auch mal eine. Also ja, da sind Kanonen und hier oben auf dem Turm sind auch... Also mindestens eine Kanone. Also ein paar normale Kanonen hat sie ja. Aber hier ist der Westturm, auf dem waren wir noch gar nicht. Da sollen angeblich dann große Bömmels stehen. Kulma, wie geht's dir? Wir werden die Mauer noch höher bauen. Und du? Sag dir grüßt, fremd. Er kratzt dich am Kopf. Moment, ich kenn dich doch. Du hast dieses Marmeladenglas überhaupt erst zerbrochen. Er lacht und schlägt dir auf den Rücken. Wenn das so ist, dann herzlichen Dank. Er beugt sich vor, um dir die Hand zu schütteln. Du merkst, dass er dabei nur sein rechtes Bein belastet. Seine linke Hand ist dick verbunden. Ich darf nicht lange reden, sonst kriege ich was zu hören. Er blickt über die Schulter. Bist du nicht Milas Vater? Äh, er strahlt. Ja, das bin ich. Was hat mein kleiner Stirnfried diesmal angestellt? Ihm die Zeichnung zeigen. Weißt du, wo das ist? Das ist zunächst die Verwirrung. Er verwirrt, dann grinst er. Aber während er die gekriegteten Linien betrachtet, die Weißstein senkt er. Hä? Er tappt mit einem schwierigen Finger auf einen Punkt der Zeichnung. Ich glaube, das sollen die Menhiere sein. Sieh dir das an. Meine Tochter ist eine Künstlerin. Er rächelt, als er das Bild betrachtet. Danke, dass du mir das gebracht hast. Ich hänge es neben meiner Pitsche auf. Er nimmt das Bild und steckt es vorsichtig ein. Was ist mit dir geschehen? Kaputte Hüfte, die durch eine Nacht mit Kulmas Rachenputze noch schlimmer geworden ist. Er lacht, verzieht, aber auch schmerzverzerrt das Gesicht. Das wird schon wieder. Ich muss nur hier alles in Ordnung bringen, bevor noch etwas auseinanderfällt. Dann lebt wohl. Von hier aus gelangst du in diese Stockwerke der Batterie. Wohin willst du gehen? Erstmal zur weißen Esse. Ich will sehen, wie sich die Schmiede da unten machen, ob sie zufrieden sind. Oh, absolut. Hier ist jetzt wirklich nur noch die weiße Esse zugänglich. Hm. Und hier wird ordentlich gearbeitet. Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Und noch etwas Türgan-Stahl für uns. Oh, Rastvorräte. Und Nester. Kann ich jetzt gerade an der weißen Esse was schmieden? Nein. Dafür fehlen mir noch zwei Eisenbarren. Also Dürgern-Eisenbarren zum veredelten Eisenbarren machen fehlen mir noch zwei. Mal sehen, ob ich noch zwei Stücke irgendwie auftreiben kann. Das ist also die legendäre weiße Esse. Sehr beeindruckend. Und ich kenne einige Schmiede auf Burg Schmerztiegel, die sich nichts ähnlicher wünschen, als zu stehen, wo ich jetzt stehe. Wie lange waren die Seen der paar Grunen an die Batterie gebunden? Mehrere Jahrhunderte? Es war wohl das Beste, sie wieder in das Rad zu entlassen. Aber diese Schmiede, die in der Esse arbeiten, welche Qualifikation haben sie? Wer hat sie ausgebildet? Diese Esse wird doch sicher nicht so effektiv genutzt, wie sie es eigentlich könnte. Ich glaube, es wäre profitabler für alle, wenn Spiele vom Burg Schmerztiegel im Betrieb hier leiten würden. Stimmst du mir da nicht zu? Ich stimme zu, Storvath wird noch mehr aufblühen, wenn erfahrene Spiele hier alles leiten. Solange die neuen Spiele ihre Erfahrung teilen, anstatt einfach alles zu übernehmen, wäre das eine gute Idee. Das würde nur zum Konflikt führen. Die Leute von Storvath mögen es nicht, wenn ihnen Außenstehende sagen, was sie zu tun haben. Die Weiße Esse funktioniert nur für Nachfahren der Zwerge der Batterie, das wusstest du, oder? Nehmen wir mal die zwei, sind wir ehrlich. Ein guter Kompromiss, ich werde deine Empfehlung notieren. Wir müssen nur einen Entwurf des Handelsabkommens mit den vereinbarten Bedingungen aufsetzen und Tafos amixen Platz zur Unterschrift vorlegen. Es wird noch einige Monate dauern, bis das endgültige Abkommen unterzeichnet wird, aber wir haben große Fortschritte gemacht. Sie verneigt sich. Vielen Dank für das Leidteil, Isa. Leib wohl. Dann bleiben wir mal hier, weil ich will nicht gleich zurück nach Storvath. So, was sagt die Quest? So, was sagt die Quest?